Hallo, liebe Zuschauer, der Frieden des Herrn sei mit euch allen, Shalom. Ja, ich mache jetzt hier mal ein Nach-Weihnachts-Update. Und was mir aufgefallen ist, dieses Jahr ganz besonders schlimm, wie das christliche Fest der Geburt Jesu Christi immer mehr unter Druck kommt, weltweit, in Afrika und vor allen Dingen jetzt auch in Europa und in Teilen Nordamerikas. Und das hat auch was mit der Ausbreitung des Islam zu tun und mit dem Abfall eigentlich bei uns hier im ehemaligen christlichen Abendland, wo man in die Kirche hineingeht und inzwischen, ja, diese, ihr wisst schon, diese komische Buchstabensuppe mit dem Regenbogen jetzt Einzug hält und solche Geschichten. Da habe ich auch gleich ein paar Meldungen dazu. Ja, sehr auffällig, dass das immer weiter ansteigt. Und wir gehen mal rein in die Meldung. Gut, also gehen wir mal hier auf Telegram. Das ist etwas unsortiert, weil das immer schwierig ist zu sortieren hier auf Telegram. Also, wir haben hier zum Beispiel mal eine Meldung, wo es heißt, hier sehen wir die islamischen oder muslimischen Länder. Ja, das sind noch nicht mal alle hier, da fehlt noch der Irak, Iran und so weiter. Aber hier die arabisch-muslimischen Länder. Und hier steht, versuchen sie sich vorzustellen, warum kein einziges arabisches Land auch nur einen einzigen Gaza-Flüchtling aufnehmen will. Also hier, man kann es nicht mal erkennen, ja, mit dem Mauszeiger, wo hier der Gaza-Streifen ist. Winzig klein, Israel schon winzig klein, ja, und kein einziges dieser großen Länder, plus eigentlich noch die anderen Länder hier, aber es geht um die arabischen Länder, nimmt irgendeinen einzigen Gaza-Flüchtling auf. Ja, das ist auch die Doktrin des Islam, ne, also es bedeutet auch Eroberung und man möchte eigentlich diese Flüchtlinge weiterschicken gleich nach Europa, damit sie auch dort dann den Islam verbreiten können. Und da haben wir ja auch jede Menge Meldungen dazu. Wir gehen mal weiter hier. Ja, Islamistenplan, Attacke auf den Kölner Dom. Das war ja auch in der Presse ganz groß. Ja, ist ja interessant, ne, seit einigen Jahren. Was war noch 2015? Ab 2015 ging das ja los. Wir haben ja hier jede Menge Leute hineingelassen, aus einem anderen Kulturkreis und vor allen Dingen Religionskreis, ne? Ihr wisst ja. Ja, schauen wir mal. Also hier, die Polizei ergreift ab heute Abend besondere Schutzmaßnahmen wegen erhöhter Gefahr für den Kölner Dom. Ach, das war hier am, oh, wann nennt das? Ja, also am Heiligabend wahrscheinlich. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes dauern an, heißt es, aus einer Presseerklärung der Polizei. Aktualisierung den Islamisten planten Anschlag auf Kirchen in Köln, Wien und Madrid. Mehrere Festnahmen in Österreich und Deutschland. Aha. Ja, hier habe ich etwas ganz Schlimmes, und zwar Christenverfolgung in Nigeria, in Afrika. Gestern wurden in 20 Dörfern in Nigeria 140 Christen getötet. Ich glaube, die Zahl ist später noch angestiegen. In einem Dorf wurden nur zwei Kleinkinder am Leben gelassen. Interessiert sich irgendjemand für das Massaker, fragt hier Amir Zafati. Interessiert sich weltweit irgendjemand für dieses Massaker? Ja. Ähm. Gibt es irgendwelche Proteste? Gibt es irgendwelche Proteste in europäischen Städten? Eine Verurteilung durch die UN? Niemand kümmert es, ne? Ja, und wir haben ja den Gaza-Konflikt, wo es heißt, ja, dass die Dasei Israelis ein Massaker an den, ähm, Alistinensern begehen würden und überall kocht es auf der Welt. Aber wenn solche Dinge geschehen hier, also wirklich, ähm, das, da bricht mir mein, mein Herz, also, äh, ja, hier gibt es ein Video dazu und ich, ich kann das einfach, ich, nee, ich kann das nicht zeigen. Es ist zu brutal, ne? Also man sieht hier im Video, dass die beiden überlebenden Kinder sich an die toten Mütter klammern. Unfassbar. Nigeria, 24., 25. Dezember, mindestens 20 Dörfer wurden an Heiligabend angegriffen. Die Opferzahl von 160 dürfte noch weiter steigen. Betroffen sind die zentralen Bundesstaaten Kaduna, Plateau, sowie das südliche gelegene Benue. Auch in der stark befestigten Plateau-Hauptstadt Yoss soll es zu Angriffen gekommen sein. Ja, ein Hinweis auf ein Wegschauen von Armee, Polizei und Sicherheitsdienst. Nomadische muslimische, muslimische Ulani-Hirten griffen viehhaltende christliche Bauern des Dogon-Volks an. Es geht um Weideland. Den Konflikt gibt es seit Jahren und auch früher wurde er dem Klimawandel angelastet. Oh meine Güte, ja, da habe ich gleich noch was dazu. Das ist Unsinn, das Bevölkerungswachstum frisst die Ressourcen. Der Islam als ursprüngliche Ideologie ebenfalls halb nomadischer Stämme gibt auf dieses Problem offenbar eine Antwort, dessen Folgen sind diese Bilder. Nur zwei Säuglinge überlebten den Angriff der Fulani-Hirten auf das Dorf der Ungläubigen. Ja, auch hier nochmal von der Bild-Zeitung 113 Tote. Das war eine frühe Meldung. Islamisten massakrieren Christen in Nigeria. Von der Bild-Zeitung. Nach dem Massaker verlassen die Menschen ihre Häuser. Fürchten, dass die Islamisten ihre Massaker fortsetzen. Bei den meisten Opfern soll es sich um Frauen und Kinder handeln. Es wird befürchtet, dass Rettungskräfte noch weitere Leichen in den Dörfern, in den Bezirken Bokos und Bakin Ladi finden könnten. Ja, zwölf oder sogar zwanzig Gemeinden angegriffen worden sein. Dann habe ich hier eine Meldung. Auch dieses Video kann ich nicht zeigen. Wenn Erdogan das nächste Mal von Grausamkeit und der Tötung von Unschuldigen spricht, also im Gaza-Streifen und so, erinnert ihn daran, türkische Soldaten töten junge kurdische Frauen. Aha. Also wie gesagt, ich zeige das Video nicht. Kriege ich auch einen Strike hier wahrscheinlich. Brutal. Da werden Frauen, einfach wehrlose Frauen, einfach erschossen von Soldaten der türkischen, vom türkischen Militär. Wird es Proteste gegen die Türkei geben? Werden sie türkische Produkte boykottieren? Wird sich jemand für die Nachrichten interessieren? Wo ist die BBC? Wo ist Al Jazeera? Also. Ja. Also, kurdische. Es gibt ja diesen Kurdenkonflikt in der Türkei. Und da werden auch Kurden massakriert. Von der türkischen Armee. Ja, hier haben wir auch nochmal Bilder aus Nigeria. Ja. Das ist nicht ganz so schlimm, das Video, wie das andere. Aber auch da, wie gesagt, 24.12. ohne Ortsangabe. Gut. Über das Weihnachtsmassaker an Christen in Nigeria mit 100 Toten. Also es sind ja 160 Tote gewesen, dann später auch. Wird in Deutschland kaum berichtet. Zeit Online treibt es jetzt auf die Spitze, während man den islamischen Hintergrund völlig weglässt. Ach, guck mal. Ja, der islamische Hintergrund lässt man in den deutschen Zeitungen weg. Auch in der Tagesschau. Das können wir uns gleich angucken. Gut. Ich habe hier noch auch Meldungen auf der Webseite der Jungen Freiheit zum Beispiel. Nigeria-Islamisten töten an Weihnachten über 160 Menschen. Und auch hier Videos dazu. Aber das Schlimmste finde ich eben das, was die Medien zum Beispiel, die Tagesschau daraus gemacht hat. Kritik an deutschen Medien heißt es hier. Presseverteintre und insbesondere deutsche Medien sind im Zusammenhang mit den Attacken in die Kritik geraten, weil sie über die Massaker zu wenig berichten und dabei die Verantwortlichen nicht ausreichend genannt hatten. So schreibt die Tagesschau beispielsweise auf ihrer Netzseite lediglich von bewaffneten Banden. Also es ist ja wie in Deutschland. Ja, hier zum Beispiel. Jetzt kommt ja Silvester wieder und Berlin und die Ballungsgebiete. Ja, dort wird es auch wieder Banden geben, die mit Feuerwerk alles zerstören. Einfach Männer oder Banden ohne Herkunft zu nennen. Ja, und dann ist hier, also das ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit. Ja, wir hören uns das mal an. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt. Schauen wir mal. Bei Angriffen sind weit über 100 Menschen getötet worden. Ah, Moment, ich muss das neu starten. Hunderte weitere wurden nach Behörden verletzt. Neue Staaten, ja. In Nigeria sind bei Angriffen auf christliche Dörfer weit über 100 Menschen getötet worden. Hunderte weitere wurden laut Behörden verletzt. Die betroffenen Gemeinden machen muslimische Viehhürden für die Angriffe verantwortlich. Die liefern sich immer wieder mit ansässigen Bauern Gefechte. Es geht um Land und Zugang zu Wasser. Die Klimakrise verschärft den Konflikt. Papst Franziskus hat... Also, was muss man sich eigentlich einfallen lassen, um da wieder das Klima dafür verantwortlich zu machen, ja? Also, die deutsche Presselandschaft ist wirklich jenseits schon von Gut und Böse. Also, es ist wirklich jenseits von Zuständen, die wir in der DDR hatten. Und es geht so langsam Richtung noch älteren Zeiten, ja? Ähm, gut. Unfassbar. Also, mir fällt da manchmal gar nichts mehr zu ein. Vor allen Dingen das Thema hier, es ist einfach ganz schlimm. Okay, was haben wir noch dazu? Ah ja, die Bundesregierung. Der deutsche Staat unterstützt mit Entwicklungshilfe Nigeria. 640 Millionen Euro für die Entwicklung Nigerias bei 17.02.2023. Also, die bekommen also auch noch fleißig Geld, ja? Und bekommen die Gewalt der Muslime gegen Christen dort nicht in den Griff. Und der deutsche Steuerzahler, ja, unterstützt das Ganze dann auch noch, ja? Okay, gehen wir mal zurück. Ja, das macht mich alles etwas traurig, deshalb, ähm, ja, aber wir wissen aus der Bibel, dass diese Dinge kommen werden. Die Christenverfolgung, die Judenverfolgung haben wir ja schon, ja? Und, ähm, vor allen Dingen eine Religion, die Religion des Friedens, wie es immer so schön heißt, ja? Ja, da werde ich auch in naher Zukunft mal was übersetzen für euch. Gut, äh, auch hier in Deutschland, bei der Bild-Zeitung zum Beispiel, steht, äh, Figuren geköpft, geköpft, Weihnachtskrippe in Rüsselsheim beschädigt. Anschlag auf, äh, die lebensgroße Weihnachtskrippe in der Opelstadt. In der Nacht zu Sonntag wurden alle Krippenfiguren geköpft. Ja, geköpft, das ist eben, äh, vor allen Dingen die Methode des Islam, ja, zur Bestrafung, allen Dingen von Ungläubigen. Und wir wissen ja aus Offenbarung, aus unserer Bibel, dass am Ende der Zeit, also, ne, in dieser Drangsaal, die Menschen, wenn sie das Mahnzeichen des Tieres nicht annehmen, geköpft werden, ja? Ja, wenn sie zu Jesus stehen in der Drangsaal, müssen sie sich enthaupten lassen. Ja, also auch hier schon Vorzeichen in Deutschland, ja, wir haben ja doch, äh, durch die Migrationswelle hier, ne, muss man immer vorsichtig sein, was man sagt. Aber ihr wisst, ne, hier auch nochmal ein Video-Ausschnitt dazu geköpft und Hände abgehackt, ja, also auch dieses Hände abhacken ist ganz klar Islam. Woher kennt man sowas nochmal? Fragezeichen. Also, das in Rüsselsheim und, äh, der Gewerbeverein, glaube ich, der das organisiert hat, diese Krippe hier, hat dann davon gesprochen, ach, das war ein böser, das war einfach nur ein, ja, ein Streich. Ne, es sei einfach nur ein, ein dummer, dummer Jungenstreich gewesen, ja? Man hat das Ganze wieder verharmlost. Gut. Ja, was haben wir hier noch? Okay, ähm, auf der anderen Seite, ja, Hier, ähm, hm, wir kommen mal wieder nach USA und zwar, ähm, der satanische Tempel, ähm, im Iowa State Capitol, also der steht da tatsächlich, im Iowa State Capitol, also im, im Parlamentsgebäude von Iowa, Bundesstaat Iowa, ja, da steht dieser, ähm, satanische, ähm, ja, was, Ziegenkopf hier, ja? Und der ist mal zerstört worden und dieser Mann, der diese Figur hier zerstört hat, dem droht jetzt eine Klage, ja? Also, ja, also wenn man gegen dieses hier vorgeht, ja, also wenn man gegen dieses hier vorgeht, gegen das satanistische, ja, dann kommt die Klage, während das hier wahrscheinlich folgenlos bleibt, weil man die Täter auch nicht ausfindig machen kann, ja, aber dieser hier wird angeklagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, auch hier nochmal, lebensgroße Krippenfiguren geköpft, ja? Ja, okay, ähm, wie gesagt, ist alles etwas durcheinander, hier habe ich mal wieder eine Meldung, das ist auch, oh je, schaut euch mal dieses Bild hier an, hier ist jemand vereidigt worden, rechts, ja, und das sieht ja fast so aus wie eine Vereidigung, wo man auf die Bibel schwört, aber so ist es nicht. Auch hier mal die Übersetzung, der neue Vorsitzende der Schulbehörde von Fairfax County, Virginia, Karl Frisch legte sein Amtseid nicht auf die Bibel ab, nicht auf die Bibel ab, Achtung, sondern auf einen Stapel schwulen Pornos, die ihm sein Mann überreichte, sein Ehemann. Okay, er ist es hier, das ist ein Ehemann, und das ist nicht die Bibel, sondern schwulen Pornos. Alles klar? USA. Okay, Virginia. Unfassbar. Dann steht hier noch, beachten Sie die Berufsbezeichnung dieses Mannes, Achtung, Präsident der Schulbehörde. Diese Kreatur wird die Schulen leiten, steht hier. Wer hat diesen Perversen in die Nähe der Kinder gelassen? Ich lese nur vor hier, ne? Ja, sehr interessant. Ja, dann hatten wir hier auch diese Geschichte mit in Deutschland, ja, das macht auch international Schlagzeilen, ja, hier gab es ein, ähm, äh, ein Krippenspiel zu Weihnachten in Berlin, ja, mit, äh, quer, mit den Querleuten, ne, mit den LGBTQ. Muss nochmal gucken, ob ich da irgendeine Meldung nochmal zu habe. Ne, hab ich jetzt nicht. Oder ob da nochmal was kommt. Und, ja, also, ähm, kramt sexuell, ja, und Jesus da irgendwie als Lesbe oder sonst irgendwas wurde da dargestellt. Also, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja, nochmal ein anderes Thema zwischendurch, äh, in den, äh, in den Vereinigten Königreich, Großbritannien, hat, gibt es jetzt eine neue Studie. Und hier wird also gesagt, das Atmen, das, äh, die Treibhausgase eben treiben würde, ja, und, ja, sollen wir jetzt das Atmen einstellen, ne? Was möchte der Teufel? Der möchte, dass diese Kreatur Gottes, nämlich uns Menschen, den will er zerstören, ne? Und deshalb läuft ja diese Agenda mit dieser ganzen Klimageschichte. Am Ende sollen wir ja alle verschwinden von der Erde. Und wir wissen auch in dieser Drangsal, in der siebenjährigen Drangsal, in der Zeit des Antichristen, ja, werden, ja, die allermeisten Menschen auch dann getötet werden. Auch durch den Zorn Gottes, ne? Derweil wird der Boden für unbekannte Neuerungen der Eliten bereitet, heißt es hier. Die menschliche Atmung wurde nun auch als umweltschädlich anerkannt, so die Klimawissenschaftler. Die vom Menschen ausgeatmeten Gase sind für 0,1% der CO2-Emissionen des Vereinigten Königreichs verantwortlich. 0,1%? Ja, dann pflanzt doch einfach einen Baum, ne? Egal. Ich frage mich, welche Vorschläge die Klimawissenschaftler für die Lösung des Problems Menschen haben. Ja, hier kommen wir genau, hier hatten wir nochmal bei Reitschuster auch so einen Bericht darüber. Die Kirche erklärt, trautes, hochheiliges Paar zu Lesben-Duo, Jesus mit Geschwister, querfeministisches Krippenspiel in Berlin. Josef und Maria? Ja, Fragezeichen. Das ist der evangelische Kirche zu Altbacken. Das ist der große Abfall, ja? So wie es auch in der Bibel steht, der große Abfall der Christenheit, ja? Ja, dann hier haben wir noch eine Meldung. Hier gab es eine Messerattacke auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt, meine alte Heimat. Ja, wer könnte das gewesen sein? Ja, das waren natürlich Hans und Paul und Peter und Achim. Ja, das macht man ja zu jedem Weihnachtsmarkt. Nein, also, wer könnten die Täter sein? Fragezeichen. Auch nochmal hier, ich sage ja, das ist alles ein bisschen durcheinander schuldigt, bitte. Querfeministisches Krippenspiel in der Galiläakirche im Friedrichshain. Hier haben wir auch mal ein paar Bilder dazu. Querfeministisches Krippenspiel. An Heiligabend gab es eine Premiere in Berlin. Dort wurde das erste querfeministische Krippenspiel in einer Kirche aufgeführt. Hier steht der feministische Blick auf die Weihnachtsgeschichte im Mittelpunkt. Es gibt keinen feministischen Blick auf die Weihnachtsgeschichte. Oh Mann. Ja, dann hier Kölner Dom nochmal. Hier sehen wir mal Videos, ja? Ein Hochsicherheitstrakt inzwischen. Ja, also nicht, dass man die Grenzen Deutschlands schützen könnte oder Europas. Nein, man muss jetzt bei jeder Kirche, muss man so eine Schleuse haben, ja? Hätte man ja schon mal verhindern können an den Grenzen. Aber das ist ja alles die Politik des Teufels, ne? Ja, und dann haben wir hier noch ein... Wo war das? Moment, das war in den USA. Schauen wir mal. Hier haben wir einen Weihnachtsbaum. Und hier wurde eine palästinensische Flagge hingehängt, ja? Und, ja, ein Protest von Palästinensern. Okay. Pro-Palästina-Demonstranten Kletterten am 23. Dezember auf den Weihnachtsbaum am Union Square in San Francisco und zerstörten ihn oder machten ihn teilweise kaputt. Ja, sie rissen Ornamente ab und zerschlugen sie auf dem Boden. Ja, solche Meldungen gibt es viele, ja? Und, oder gab es viele. Zwei Aspekte zeigt das eben, das ist eben der Abfall der Christenheit, ja? Dass man sagt, ach, Gott ist neu, Gott ist quer. Ja, wir kennen das ja hier von der evangelischen Landeskirche Deutschlands, ja? Von Nürnberg, von dem Kirchentag, ja, Gott sei quer. Ja, und ich weiß nicht was, man fühlt sich wie auf einem Parteitag der Grünen. Aber nein, es war der Kirchentag der evangelischen Kirche. Unfassbar, welch ein großer Abfall. Und dann eben die, ähm, die weitere Ausbreitung des Islam weltweit. Ja, vor allen Dingen hier in Europa. Frankreich brennt, äh, Großbritannien brennt, hier brennt es in Deutschland. Äh, der Osten hier, Polen und so weiter, die haben sich noch etwas fern gehalten, auch Ungarn. Ja, gut, ähm, aber dazu habe ich auch nochmal demnächst hoffentlich eine Übersetzung für euch. Ja, liebe Zuschauer, das war ein kurzes Update hier, kurz nach Weihnachten. Jetzt wünsche ich euch einen guten Übergang, falls wir uns nicht nochmal sehen, äh, ins neue Jahr. Ja, und ich hoffe doch, dass uns Jesus bald holt, weil wir sehen, es wird immer schlimmer. Und, ähm, ja, die siebenjährige Drangsal, so wie es in der Bibel steht, wird nun mal kommen. Äh, und ich warne ja davor, äh, und, ähm, jetzt ist es noch Zeit, wenn ihr noch nicht zu Jesus gefunden habt, eben umzukehren. Kommt zu eurem Schöpfer zurück. Gott wurde Mensch, ja, hat eben die Strafe auf sich genommen, die eigentlich wir verdient hätten, ja, damit wir ewig leben können, so wie Jesus ja auch wieder auferstanden ist, werden wir auch nach dem Tode wieder auferstehen oder eben entrücken, lebend, ja. Und so sind wir zu ewigem Leben wieder zurück im Paradies mit Gott zusammen, ja, im Himmel. Und, äh, das ist eben ein Geschenk Gottes. Wir, das Einzige ist eben, was wir das annehmen müssen, dass wir das vom ganzen Herzen glauben, dass sich Gott eben erniedrigt hat, runtergekommen ist zu uns auf die Ebene des Menschen, auf sein Geschöpf, ja, und hat sich eben hingegeben für uns. Und das ist so eine wunderschöne Geschichte, so ein, ja, so ein, ja, so ein wunderschönes Geschenk von unserem Schöpfer an uns, ja. Ja, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir ebenfalls ewiges Leben wieder, ja. Also, ich wünsche euch alles Gute, Maranatha, Shalom, ciao.